Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Ich bin Durothan, der Häuptling des Frostwolf-Clans. Und ich bin hier, um mein Volk zu retten. Warcraft The Beginning. Ab 26. Mai im Kino. Dieser Krieg ist nur der Anfang. Du siehst uns gar nicht so unähnlich. Wie hast du überlebt? Meine gebrochenen Knochen verheilen kräftig. Meine sind wirklich stark. Warcraft The Beginning. Ab 26. Mai im Kino. Ich konnte etwas spüren. Eine dunkle Macht. Takal! Die Welt zu retten. Luis Ellis! Das ist nicht die Aufgabe eines einzelnen Mannes. Warcraft The Beginning. Ab 26. Mai im Kino. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Wir brauchen euch. Es gibt keinen anderen Mann, dem ich vertrauen würde. Wir beschützen das Königreich. Warcraft The Beginning. Ab 26. Mai im Kino. Jahr lang herrscht in unserer Welt Frieden. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Rückzug! Spür diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen. Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag. Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen. Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Warum seid ihr hier? Um unser Volk zu retten. Können wir ihm trauen? Das sind Bestien. Die gehören allesamt vernichtet. Bist du dir ganz sicher? Wir beschützen das Königreich. Du und ich. Du stellst dich auf die Seite der Menschen. Gegen dein eigenes Blut. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Wahl. Wir greifen an mit voller Stärke. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt! Du stellst dich auf die Seite. Untertitelung des ZDF, 2020